Hallo meine Lieben, weiter geht's mit Resident Evil. Ich wollte euch nur ganz kurz was zeigen. Ich habe das Notenblatt mit der Monscheinsonate zusammengetan. Und was kommt raus, wenn man es untersucht? Die Monscheinsonate. Und wenn man es jetzt hierher dreht und auf Untersuchen geht, kann man es aufklappen. Und jetzt sagt ihr die vollständige Partitur der Monscheinsonate. Das heißt, wir sollten die mal ins Musikzimmer bringen und... Wo war das Musikzimmer? Keine Ahnung. Und diesen langen Gang einmal nehmen. Aber ich nehme mal an, das Musikzimmer war da drüben auf der anderen Seite. Das Rote neben dem, wo die andere Schreibmaschine steht. Und da wir jetzt aber gerade hier sind, würde ich sagen, wir nehmen uns diesen komischen U-Gang, der da gleich in der Nähe ist. Und haken den mal ab. Ich habe jetzt... Was habe ich denn mit? Dann kann ich aber die Noten da lassen. Weil die Kiste ist ja dann eh gleich in der Nähe und der Idiot wacht sowieso irgendwann auf, der vor der Tür liegt. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt nehme ich den... Das können wir gleich daherhauen. So. Gehen wir mal in den langen Gang. Schauen wir mal, ob wir das überleben. Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe bei Resident Evil 2. Und das war echt mein absolutes Lieblingsspiel. Ist das der lange Gang? Nein, wir müssen da noch raus. Oh. Shit, muss ich oben rum? Was ist das mit der Tür? Wo geht die hin? Da ist keine Tür. Mist. Aber wenn ich jetzt nach oben muss... Warte mal. Ich bin jetzt im Erdgeschoss und muss ich rauf? Scheiße. Muss ich rauf? Warte, wie soll ich jetzt dorthin kommen, sag einmal? Scheiße. Die meinen das ernst, oder? Wie bin ich denn da vorher rauf und runter gekommen? Warte mal. So, ich muss jetzt mal da rauf. Das ist mal klar. So. Gut. Dann... Muss ich da durch, dass ich da drüben bin? Dann muss ich runter und dann muss ich rundherum? Mann, die ist echt ernst? Scheiße. Das wäre dann die Tür? Das ist ja ein Mist. Da hätte ich ja wirklich gleich die Klaviernoten mitnehmen können und schauen können, was dann aufgeht, wenn ich das Lied spiele. So, jetzt bin ich oben. Jetzt muss ich da einmal rundherum. Dieses Rundherum. Da ist dieses Rüstungsrätsel drin, von dem ich noch nichts weiß. Also, ich habe noch keine Ahnung, wie ich es lösen soll. Ja, ich muss gerade durch. Jetzt geschaut, ob ich eine Abkürzung finde, aber nein. Und ich werde wirklich zuerst diesen langen Gang nehmen. Und dann auf der drüberen Seite schauen, was da geht. Schauen wir mal, was... Habe ich jetzt irgendeinen Schlüssel anstecken? Nein, ne? Wirklich komisch. Was sagt sie jetzt bei der Tür? Nein, bei der Tür hat sie gar nichts gesagt. Bei der unteren Tür hat sie gesagt, sie will nicht wissen, was dahinter ist oder so. Das schaue ich mir jetzt aber auch noch geschwind an, wenn ich schon da bin. Weil man weiß, wie oft ich da jetzt noch durchkomme. Wahrscheinlich jedes Mal. Na komm, geradeaus. Wir sind noch nicht so weit, dass wir Kurven laufen. Also, wir müssen im Moment keine Kurven laufen. Was sagt sie da? Rechts und links, neben der Tür, sind achteckige Einbruch. Einbruchungen zu sehen. Okay, das ist entweder eben dieser Stein, den ich gefunden habe. Der blaue Stein. Oder ich finde das Teil erst, was ich da dafür brauche, ne? So, ich bin jetzt im Erdgeschoss. Kann ich durch die Tür gehen? Nein, ne? Ja, warum brauche ich das? Das Helm-Dings. Irgendwas hat mir mein Ding gerade angezeigt. Ich habe keine Ahnung was. Es war nicht, dass irgendwer online ist. Also, keine Ahnung. Jaja, der Zombie ist immer noch da hinten eingesperrt. Irgendwann wird sich der auch befreien. Damit es eigentlich zurecht ist. So, ich muss da jetzt die ganze Länge entlang zur anderen Seite. Shit. Oh, ich glaube, da ist eine Säule und da kann ich dazwischen durch. Ja, sowas passiert, wenn ich sage, ich nehme eine Abkürzung. Und es hat schon wieder Gewitter. Diese Sprache ist so schwierig, wenn man ein Horrorspiel spielt. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Rat jetzt mal, die Uhr stellen. Ich stelle jetzt auf 40 Minuten. Was soll ich da jetzt machen? Keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon spülen wollen. So, wo muss ich jetzt lang? Links und rundherum. So, das ist links. Der wacht auch wieder auf. Aber es ist jetzt wenigstens nur meiner. Welches rundherum? Das ganz rundherum. Was? Ja, geradeaus. Dann links. Links. War das links? Hoffen wir mal. Ich habe Angst. Ein langer Gang kann immer darauf hindeuten, dass ein Endgegner kommt. Große Zimmer und lange Gänge. Und so komische, schöne Tapeten sind auch ein Indiz. Da bin ich aber falsch. Ich habe mich verlaufen. Ich bin ein Depp. Wieder raus. Also, welche Tür brauche ich jetzt? Nicht die, sondern die davon gegenüber. Die davon gegenüber. Die davon gegenüber. Die Tür. Wo ist da gegenüber eine Tür? Oh, nehmen wir die große. Ha, ich habe die große Tür übersehen. Ich bin ein Talent. Boom. So. So, geradeaus. Und da ist das Familienwappen, genau. Und da rein ist dieser Gang, wo den keiner braucht, der irgendwo hinführt und irgendwas macht. Stimmt's? Ja. Ich habe alles geladen. Okay. Ich hoffe, das sind Cräen. Ich hoffe für mich, dass das Cräen sind. Das Bild eines Heldes mit Armband. Es liegt hinter gelbem Glas. Das ist ein Schalter. Nein. Ich habe geschaut. Das Bild eines Weißen mit Halskette. Es liegt hinter rotem Glas. Da ist ein Schalter. Drücken. Nein. Warte, das ist gelbes Glas. Rotes Glas, gelbes Glas. Okay. Ja, ja. Das ist eine Krähe. Da ist ein Bild eines Heiligen mit einer Krone. Es liegt hinter gelbem Glas. Da ist ein Schalter drückt. Nein. Das ist ein Rätsel. Überraschung, es ist ein Rätsel. Lisa geschützt von den drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Am Unterrand des Bildes ist ein Schalter. Drücken. Scheiße. Ich sage jetzt auch mal Nein. Ist da hinter mir eine Tür? Was passiert, wenn ich drücke? Drücken wir mal bei dem. Da wird wahrscheinlich nichts passieren. Oder ich sterbe. Ja. Ja, das war keine gute Idee. Ja, geht's weg von mir. Ja. Jetzt kommen sie noch einmal oder geben sie jetzt eine Ruhe? Okay, das war keine gute Idee. Also ich muss aufhören, den Schalter zu drücken. Beruhigen sich die dann wieder? Ich verstehe das jetzt nicht ganz. Ich habe doch gerade den Schalter wieder gedrückt. Ja. Wieso beruhigen sie sich denn nicht? Ja, die Krähen sind die drei Geister. Das habe ich schon verstanden. Ja, ja. Ich werde das Spiel eh gleich wieder neu laden. Ja, ja. Ihr könnt es mich... Ihr tut es mich mal verletzen. Ich drücke jetzt mal den anderen Schalter, bevor ich total sterbe. Ja, da ist der Schalter. Drücken wir mal den. Was passiert dann? Das beruhigt die auch nicht wirklich. Geh mal weg. Ich mag mich jetzt nicht heilen. Ich gehe jetzt da zu dem roten Bild. Geh, geh doch mal weg von mir, ihr Viecher hier. Okay, da ich eh, da ich eh neu laden muss. Geh runter von mir, du Viech, du. So. Da ich sowieso neu laden muss, tue ich das jetzt mal verwenden. So. Dann drücke ich mal bei dem roten Bild. So. Ja. Nein, das war nicht gut. Oh, fuck die Bohne! Du Arsch! Geh weg einmal, du deppertes Viech, du. Ja. Okay, Orange ist gut. Ihr legt mich doch am Arsch, ihr scheiß Viecher. Fick die Bohne! Du, Grabe, du. Ich hasse Gren und Raben, wirklich. Dabei könnten die recht nützlich auch sein, wenn sie wollen, die da zuhren. Geh, pack die Bohne, du Arsch! Geh weg! Aber die Halskette ist ja nicht grün gewesen. Violett. Violett ist gut. Ja, geh mal weg von mir, du Viech, du. Armband. Das Armband. Das Armband soll orange sein. Das passt schon. Nein. Und die Kette ist... Die Kette... Ah, da... Oben ist... Geh weg von mir, du Ding, du! Geh weg! So, ich brauche jetzt die Kopfbedeckung. Und die muss grün sein. Weiß gefärbt, okay? Geh weg von mir, du blödes Arschviech! Verdammter Scheiß! Ich bin noch nicht so weit. So, und jetzt ist grün und jetzt sollte alles passen, ne? Geh weg von mir, du blöde Krähe! Du, das gibt's ja nicht! Ja? Orange. Orange ist das Halsband, ne? Nein. Ja, geh mal weg von mir, du Viech, du! So. Geh mal... Geh sie mal alle woanders hin, oder? Fuck die Bohne! Blöden Scheißviecher! Ich mag Vögel überhaupt nicht. Schon gar nicht, wenn sie nicht meine Vögel sind. Glück von mir! So. Gehst du weiter, du blöde Kuh! Fuck die Bohne! Da! Jetzt! Jetzt drück' ich den Schalter. Zack, geht die Tür an. Okay. Gut. Ja, ja. Jetzt kannst du mich zu Tode picken. Passt schon. Ja, ja. Alles gut. Und wir fangen wieder dort an, wo wir grad waren. So, ich geh jetzt mal aus dem Zimmer raus. Also, wir haben das Rätsel mal gelöst. Ja, sie stirbt eh gleich. Aber ich lass' jetzt nicht die zwei Kräuter da deswegen vergeuden, weil ich eh grad gespeichert gehabt hab. So. Ich mag jetzt nur trotzdem zuerst raus, aber ich muss mich selber auch mal ein bisschen beruhigen. Ah, fuck die Bohne. What the fuck? Ich glaub', ich lad das jetzt mal hoch und dann geh' ich zurück, wo ich war und fang' nochmal von dort an und sag' mal, ähm, 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 die drei, die drei Dinger, die drei Dinger mit den Dingern, haha, haha, Rätsel nicht gelöst. Und so ist es. Ich sag' danke fürs Zuschauen und bis gleich, wenn wir das richtig machen. Macht's es gut und passt auf euch.